Die Qualifikation zum Finale des Nürnberger Buchpokals 2019. Der Preis der Nürnberger Versicherung, er wurde gewonnen und somit direkt qualifiziert für die Frankfurter Festhalle mit 74,366 Prozent. Der neunjährige Hanne Veraner Hengst des Christ namens Cardonoa und Lena Waldmann. Das ist schon ein sehr, sehr besonderes Pferd für mich. Ich glaube einfach, dass er wahnsinnig beeindruckt. Also ich finde schon so, wie er hier steht, es ist ja schon wirklich ein sehr, sehr schönes und wie gesagt beeindruckendes Pferd. Und wenn er sich in Bewegung setzt eben auch. Ich glaube, er hat drei überdurchschnittlich gute Grundgangarten. Und obwohl er im Deckeinsatz ist und auch dieses Jahr sehr viel gedeckt hat, war er unwahrscheinlich toll konzentriert. Und ich glaube, die Mischung macht's. Und am Schluss haben wir vielleicht einfach heute ein bisschen Glück gehabt. Es ist, glaube ich, ein Pferd, der hierher gehört, der in diese Serie gehört. Und dass es dann klappt mit Frankfurt, das ist natürlich doppelt schön. Und jetzt freuen wir uns auf Frankfurt. Und jetzt freuen wir uns auf, dass wir uns auf die Serie gehört haben.